Einer von euch überlebt jetzt. Ihr kämpft jetzt auf den Steg. Wer überlebt hat, gewonnen. Eins, zwei und drei! Knall ihn! Abo! Abo, was machst du denn? Banano, du bist nicht tot! Banano! Shiiiessh! Tharajah! So, gut! Oh, hier! Nicht verkanten! Rickt dann die Kolonne dann rein! Uh! ambiguah! O-mbigaud! Oh, die Därx! Ja! als lachs unter meine eier wo ist barello der peach wie redest du du bist ein mann in meinen nacken machen wir nicht nicht mit mir an mann okay das war's jetzt werde ich wirklich die werden mich richtig ficken jetzt das war's du hast mich komplett auseinandergenommen kalito du hast mich auseinandergenommen ja ja was ist mit dem ja ich hab die ganzen käufer tut mir leid du sagst du willst verkaufen wir wollen uns treffen und dann so verstehe ich nicht hast du mitbekommen ja du hast einen käufer aber warum machst du dann so eigentlich das mit dem käufer mit der türkischen liga ja das habe ich mitbekommen ja ja pass auf bevor du auch auf die fresse bekommst okay okay alles klar noch mal verkauf ich das ehrlich will ich das haben oder nicht haben echt gar keinen bock darauf also wenn das auto alejandro ich habe eine frage was bedeutet tussack worum heißt deine familie so heißt das dass die zwei schwänze gleichzeitig schlutschen oder das sind ja das ist doch deine aussprache so eine vulgäre schlutschen 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 schiene schiene schien nach oben 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 und halten nicht drücken die kommen durch die fahren durch hoch Hab auch einen! Vier M***er! Hab auch einen da raus. Ich schieße. Oh, 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 oh. Die fahren wieder Richtung. Die fahren wieder Richtung. Oh, Maria ist runtergefallen. Maria ist gestoppt. Hallo, hallo. Herr Brettenberg! Ihr Dreckigen! Ihr Dreckigen! Bruder, wie oft hab ich Kopf getroffen? Warum stimmt sie nicht? Dein Druck. Was redest du eigentlich? Ey, soll ich dir ein Ding geben? Soll ich dir ein Ding geben? Breitenberg, soll ich dir ein Ding geben? Ey, Breitenberg, soll ich dir ein Ding geben? Soll ich dir ein Ding geben? Soll ich dir ein Ding geben? Niemals. Benimm dich mal, benimm dich mal! Mach mal nicht auf Money! Mach mal nicht auf Money! Mach mal nicht auf Money! Money? Für Money habe ich den Grabe Grau angezogen, meinem Freund. Also bleiben sie entspannt. Hä? Also, Grace. Ich hab zwar noch nie einen Opa geschlagen, aber du wärst der Erste. Du hast deine Ehre abgelegt an dem Tag, an dem du die Mafia in deine Familie gelassen hast. Oma? 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 Magst du mich nicht? Doch. Wie heißt dein Name? Also, ich bin Jennifer B. Du bist Jennifer B.? Ich bin Jennifer B. Oh mein Gott, ich bin Jennifer Hetero. Wie bitte? Ich bin Hakan Schmidt. Okay, ich komm mit Papa. Alter. Ich bin am CEO Jay. Was denn mit Jay? Geil aus. Ich weiß nicht. Wir reden hier gerade mit unserem Papa. Was denn mit Jenny los, ja? Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Ich hab zwei! Okay. Ey, die laufen richtig weiter. Ja, die laufen richtig. Laufen die? Laufen die? Die laufen richtig um? Nein, nein. Die laufen richtig um. Hier ist das Dach, ne? Hier ist das unser Dach. Ey, ich bin jetzt hinterm Besorgen, Leute. Ey, ich hab's nicht. Ey, wo bist du denn da? Ey, wo bist du denn da? Ey, wo ist die vorne? Vorne an den Tor? Tor, Tor, Tor! AAAAAAAAHHHH! No one down! Was die Ruhe du, ey, mich habe, ja? Ich bin rein! Was ist denn? Ja, okay. Genau, kommt mit. Ein Auto, ein Auto von uns! Geht vor! 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 Einfach rein! Rein mit euch! Ab rein, ab rein! Weiter, 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 weiter! Haben wir rein! Weiter! Weiter! Egal, sechs Kills, scheiß drauf! Sechs Kills! Ah! Jetzt liegt der hier! Immobile, ihr Sackraten! Leise Breitenberg! Was machen sie mit ihm? Wir nehmen ihn mit! Wir nehmen ihn mit! Ne, weg von denen! Weg von denen! Wir nehmen ihn mit! Wir nehmen ihn mit! Hab den! Hab den! Hab den! Ich hab den! Ich hab den! Ich hab den! Ich seh ihn nicht! Nein! Die müssen gehen alle hier! Gustavo, komm mal mit, Bruder! Hier, hier! Misha! Der wollte mich da reinschmeißen, ist selber reingeflogen! Oh mein Gott! Ey, den hat er geschmissen! Ey, das war ein... Ein gutes Team! Ey, Jungs! Alle im Chat! Ey, Traube! Kein Kanz, okay? Der ist gerade... Der muss hier fahren! Jetzt! Ja, guck mal! Nein, nein! Du musst eine Wasser! Du musst einen fetter! Du musst einen fetter Fettsack! Ich kann nicht alles aus mir sagen! Du willst einen fetter! Nein, nein, nein! Ja, besser ist schon! Geh raus! Ich kann ich machen! Ich kann ich machen! Alle stehen wieder hier! Nein! Fettsack! Du musst einen fetter 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 Fettsack! Das ist fast! Rutsack! Der ist voll! Der ist voll! Der ist voll! Jetzt machen Kickschrei, Junge! Leute haben Angst vor uns! Diese Karies! Wer sind die?! Wir werden die vergehen! Wir werden die vergehen! Du bist worthless, immer wenn ich dich dann seh, ja du bist worthless, Augen wie an dir an dem, aber trotzdem tut es weh, ja du bist worthless, immer wenn ich dich dann seh, ja du bist worthless, Augen wie an dir an dem, aber trotzdem tut es weh, es tut weh, wenn du nicht bei mir bist, ich scheiß auf mein Leben und alle anderen Mist.